Blubb, der vergiftet. Okay, garstiger Blubb. Ganz toll. Der letzte Blubb hat mich kaum getroffen. Dieser macht mir die Hölle reißen. Okay. Komm ruhig her. Komm, Blubbi. Komm, zieh dich wieder zurück. Sie ist brav. Okay. Als ob ich mich jetzt damit hier anlegen würde. Ich wurde getauntet. Oh, ein schöner Quitt. Würdest du mir die Freude machen, zu sterben? Danke. Okay. Erstmal Level Up. Schwerter. Und Missile Weapons. Okay. Ich habe den Teleporter gefunden. Okay. Ja, hier bin ich hochgekommen. Wenn ich mich da runterstürze, lande ich hier. Ja. Das war genau das, was ich erwartet hatte. Fucking Bridgewalk. Ja, Grinding von Stone of Stone unter mir. Das hier kenne ich ja auch. Genau, das führt nämlich genau an dieselbe Stelle. Das Gitter hier ist immer noch geschlossen. Ich würde mich gerne mal zurück teleportieren. Den Knopf hatte ich auch schon. Ja. Ah ja, gut, danke schön dafür. Jetzt nehme ich mal wieder Zeit zu schnorren. Zum Glück kann man im ersten Teil nicht Einwegekristalle einstellen. Und zum Glück habe ich das auch nicht gemacht, wenn ich es gekonnt hätte. Ah ja, das kenne ich. Das war nur der Knopf. Und weiter geht's. Ähm. Dup, dup. Das hatten wir ja schon. Das war Sackgasse. Hier kann ich runter. Und da war ja auch nur ein Weg, wo nichts war. Genau. Ja, und ich hätte mich gar nicht wegporten können, brauchen. Ich müsste einfach nur lang gehen. Hm. Okay, das war interessant. Den Stein lassen wir mal in Ruhe. Ich sehe einen Schalter. Ich sehe eine Druckplatte. Echt misser Aktion. Okay. Das war auch kein Feuerball. Das war ein Level-Up. Für sie. Welche Level haben die jetzt mittlerweile? 15, 15, 15. Okay. Die beiden kenne ich schon. Habe ich schon einen höheren Feuerball... Feuerzauber? Nein. Habe ich irgendwelche Heiszauber, die ich noch nicht kenne? Was ist mit Stuff-Defense-Detect-Sequets? Stuff-Healing. Jetzt all Champions of Staff-Defense-Detect-Sequets? Jetzt all Champions of Staff-Defense-24 habe ich bereits. Protections-Spell. Protections-Spell. Party-Enhancement. Stuff-Healing. Stuff-Shielding. Protection-Evasion. Für 45 Sekunden. Ist eigentlich keinmal so übel. Aber dann gehe ich lieber auf Feuer weiter. Und erhelle den Tag. Ah ja. Das da wird übrigens die Druckplatte sein, auf die ich geworfen hatte. Das macht hier zu. Und das ist noch ein Grim-Cap. Okay, das ist ein Nicht-Porter. Also kein menschlich. Ich habe jetzt irgendwas aufgehen gehört. Und jetzt ist auch irgendwas wieder zugegangen. Okay. 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 Hmm. Das ist blöd, dass ich überladen bin. So ist sie überladen. So geht's. Du hörst ein feindes Wettel von Partikularen öffnen. Okay. Ich habe so das Gefühl, das war das Secret da hinten. Nein, das hätte mich gewundert. Okay. Problem sind auch die ganzen versteckten Schalter hier unten. Deswegen ist es gut, dass ich gesagt habe, dass ich nichts essen werde. Ja, dumm ich auch. Irgendwas geht auf und geht dann gleich wieder zu. Oh, jetzt habe ich die Steine da reinbuchsiert und komme nicht mehr an sie ran. Da ist eine Druckplatte. Da ist eine Druckplatte. Was ist mit der letzten Druckplatte hier drüben? Hmm. weil das macht nur hier an bringt mir überhaupt nichts ich komme so ich komme erstmal nicht an den Hebel hier jetzt komme ich auch nicht mehr an die Steine dort lasst ihn auch mal hier liegen schauen wir uns mal die anderen Gebiete an das hier hat sich auch noch nicht in Wohlgefallen aufgelöst da habe ich auch noch nichts so ich kann mich hier umgucken der ist immer noch geschlossen das hier ist auch immer noch geschlossen das hier ist auch noch geschlossen Vielen Dank.